Herzlich Willkommen zu unserer nächsten Hotelbewertung. Heute sind wir im Pic Albatross Dana Beach Resort, gut 15 Minuten vom Flughafen Hurghada entfernt. Eine Anreise vom Flughafen Massealarm ist daher nicht zu empfehlen. Das Pic Albatross Dana Beach ist ein sehr beliebtes Hotel in Hurghada mit gut 850 Zimmern. Es gibt fünf Themenrestaurants, die orientalisch, international, italienisch, deutsch und asiatisch anbieten. Weiter gibt es fünf unterschiedliche Poolanlagen, insgesamt sieben Bars und ein Strandrestaurant. Der Strand wird gemeinsam mit dem Schwesterhotel Alf Leila und dem Jungle Aqua Park genutzt. Auch ein kleines Fitnessstudio gibt es, einen großen Spa-Bereich sowie sehr gute Einkaufsmöglichkeiten sind auf der 180 Quadratmeter großen Anlage vorhanden. Es gibt viele Aktivitäten für Jung und Alt, einen Aquapark, eine große Anzahl an Aerobikkursen, es gibt einen kostenlosen Fahrradverleih und auch noch Minigolf. Das große Highlight des Hotels sind die künstlich angelegten Lagunen, die durch die komplette Anlage führen. Dort gibt es dann einen Schiffs-Shuttle, so dass man gemütlich mit dem Boot zum Strand fahren kann. Im letzten Jahr wurde das Hotel teilweise renoviert und vieles erneuert und auch verbessert. Kommen wir nun zu den Bewertungen und fangen mit dem Hausriff des Dana Beach an. Die kleine Bucht teilt sich das Hotel mit dem Alf Leila und dem Jungle Aqua Park. Es sind dann doch sehr viele Menschen, die sich den kleinen Abschnitt am Meer teilen müssen. Trotz allem findet man immer einen Platz auf den sehr guten Liegen. Es gibt auch einen Steg für Schnorchler und Taucher, so dass man auch bei Ebbe gut ins Wasser kommen kann. Ansonsten ist der flache Einstieg in der Bucht besonders für Kinder geeignet und auch zum einfachen Schwimmen ist das Hausriff des Dana Beach ideal. Wer aber schon mal an einem Hausriff in Masa Alarm oder El Kisir geschnorchelt hat, wird eher enttäuscht sein. Hinzu kommt, dass die Fische hier teilweise angefüttert werden. Für uns ein absolutes No-Go. Wesentlich schönere Hausriffe findet ihr in unseren anderen Hotelbeschreibungen. Daher geben wir dem Hausriff, obwohl es eine Bucht ist, gut gemeinte fünf von zehn Punkten. Wem das alles nicht reicht, der kann am Strand verschiedene Ausflüge buchen, was wir aber auch nicht empfehlen würden. In der Beschreibung findet ihr zwei Anbieter, die wir empfehlen können und die auch sehr schöne Ausflüge anbieten. Kommen wir nun zum Service. Er ist im Dana Beach wirklich sehr gut. Viele Kellner sprechen Deutsch, es gibt auch eine deutschsprachige Managerin. Es wird ständig gefragt, ob man noch etwas trinken möchte und an der Rezeption werden individuelle Wünsche sofort erfüllt. Der Service in den Restaurants und den Bars ist wirklich hervorragend und jeder Mitarbeiter ist bemüht, alles Erdenkliche für die Gäste zu tun. Daher geben wir neun von zehn Punkten für den wirklich sehr guten Service. Zur Gastronomie im Pic Aldebatros, Dana Beach. Die Restaurants wurden teilweise renoviert, doch die Qualität der Speisen hat leider stark nachgelassen. Der Kaiserblick bietet abends deutsches Essen an, mit dem schönen Ausblick auf der Terrasse noch am ehesten zu empfehlen. Das Castello, italienische Küche und das asiatische Restaurant, den Namen kann ich immer noch nicht aussprechen, oder das La Marche, internationale Küche, sind eine Enttäuschung. Nur das orientalische Restaurant Le Chef an der Lobby kann teilweise noch überzeugen. Grundsätzlich ist die Gastro sehr schwach und die Innenräume sehr ungemütlich. Die Kaffeebar Columbus und die unterschiedlichen Foodcourner kreisen es dann aber auch nicht raus. Feinschmecker werden hier leider enttäuscht sein und es gibt auch keine Spezialitäten-Restaurant, wo man bedient wird. Es sind alles Buffet-Restaurants. Wir geben der Gastronomie gut gemeinte sieben von zehn Punkten. Zur Unterhaltung. Das Dana Beach bietet ein tolles Unterhaltungsprogramm an. Am Activity-Pool gibt es jene Menge Action. Irgendwie ist den ganzen Tag was los. Und bedingt der Größe des Hotels findet man auch immer Gleichgesinnte zum Fußball- oder Volleyballspielen. Gerade für Kids wird sehr viel angeboten, was junge Eltern freuen dürfte. Die Abendunterhaltung bietet Shows, Tanzveranstaltungen und Live-Musik auf sehr gutem Niveau. Und auch die Einkaufsmöglichkeiten sind sehr gut. Die bekannte Sense Mall in Hougada ist nur 20 Minuten Fußweg entfernt und bietet tolle Souvenire zum Festpreis. Daher neun Punkte für die Unterhaltung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis kann insgesamt überzeugen. Die Leistung des Hotels bei Service und Animation ist wirklich sehr gut. An der Qualität der Speisen sollte das Hotel vielleicht noch arbeiten. Die tollen Aktivitäten im ganzen Hotel bieten einen erheblichen Mehrgewinn. In den Ferien wird es aber etwas eng am Strand. Daher gute 8 von 10 Punkte. Insgesamt geben wir dem Hotel 38 Punkte und damit 3,8 Sterne. Das Pick Albatos Dana Beach ist ein großes und sehr schönes Familienhotel mit vielen Möglichkeiten für Jung und Alt. Wir würden das Hotelfamilie mit kleinen Kindern empfehlen. Für diese Gruppe bietet das Dana Beach am meisten. Wer mehr Wert auf Ruhe, gutes Schnorcheln und gutem Essen liegt, isst hier fehl am Platz. Schaut bei unseren anderen Videos nach. Da findet ihr bestimmt das richtige Hotel. Wenn ihr mehr zu unseren Hotelempfehlungen wissen wollt, abonniert doch bitte unseren Kanal und lasst uns einen Daumen oben. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und hoffen ihr hattet Spaß bei unserem Video. Bis dann und tschüss.